Ich bin Ramm und heute Ich spiele ein 1 vs. 1 Habe mich für Ork entschieden Ja Und mein Gegner spielt Random Ja ich habe mich natürlich für Ork entschieden Da ich Selbstverständlich wie ihr wisst Alle Helden jetzt einmal durchspielen will Und zwar als Single Hero Also in jedem Game nur ein Hero Mit Human bin ich jetzt durch Als letztes war der Blood Mage Und ich muss sagen Das ist kein Geschenk den Solo zu spielen Also werde ich so wahrscheinlich freiwillig Jedenfalls im 1 vs. 1 Nicht noch einmal tun Hier gibt es jetzt den Blade Master Da fehlt aber natürlich dann auch Der Shadow Hunter Also die Heal Wave Und naja Wollen wir mal hoffen Dass das trotzdem alles so einigermaßen funktioniert Arbeit hat alles geschlossen Aber Blade Master muss man natürlich richtig aufpassen Bereit zur Arbeit Was ihr wollen Arbeit Arbeit So schicke ich meinen Scout hoch Das kann ich Der Gegner müsste ja eigentlich dort sein Bereit zur Arbeit Arbeit abgeschlossen So erste Grunt im Bau Alles klar Bisschen spät glaube ich Ja Wir brauchen mehr Gold Arbeit Arbeit Shop bauen Shop bauen war doch ein bisschen offensiver Weil ich nicht immer ganz nach hinten In die Base laufen muss Und go Was ihr wollen Bereit zur Arbeit Wir haben hier ebenfalls einen Org Arbeit abgeschlossen Das sieht mir sehr nach Hetmantern aus Ja Vorzügliche Wahl Was liegt an Kostet meine Klinge Heiß Ja Lord Meister Arbeit abgeschlossen Ab in den Tag Was liegt an Mein Leben für die Horde Boah Ein heftiger Grunt Und traut so lahmarschig zu Ja Lord So Handschuhe Hast du Natürlich ein schönes Item Für den Blader Ja Ja Heute muss was getan werden Ich stehe euch zu Diensten Was liegt an Ich höre und gehorche Ich stehe euch zu Diensten Mein Leben für die Horde Ich höre und gehorche Vorzügliche Wahl Ja 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 Lord Was liegt an Was wir wollen Wegen des Schutzes Das sind werde ich dann gleich verkaufen Ich höre und gehorche Ja Vorzügliche Wahl Das kann ich Was liegt an Ja Lord Ja Ja Mein Leben für die Horde Jetzt machen wir erstmal Seltener Lager frei Was ihr wollen Ich stehe euch zu Diensten Vorzügliche Wahl Das sind Metschen Kann beginnen Was liegt an Ich stehe euch zu Diensten Ja Ausbau abgeschlossen Ich stehe euch zu Diensten Arbeit abgeschlossen Ich höre und gehorche Vorzügliche Wahl So ihr habt es gesehen Ich gehe gleich auf Tier 3 weiter Was liegt an Wem wollt ihr töten Ja Meister Swobu Hä Was wir wollen Ja Lord Was wir wollen Ich stehe euch zu Diensten Ja Locktar Seid zu Töne Wann wir machen aber auch gut Schaden Ja Lord Locktar Was liegt an Meister Oh 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 Unsere Stadt wird angegriffen Ich stehe euch zu Diensten Was wir wollen Was liegt an Meister Ja Lord Abgeschlossen Muss was getan werden Arbeit Arbeit Muss was getan werden Arbeit Arbeit Oh Heiß Hä Was wir wollen Unsere Stadt wird angegriffen Arbeit abgeschlossen Ich höre und gehorchen Trostet meine Klinge Ich stehe euch zu Diensten Ja Lord Was liegt an Ja Alles klar Muss was getan werden Was ihr wollt Wir brauchen mehr Holz Was liegt an Ich stehe euch zu Diensten Ich stehe euch zu Diensten Hm Oh Wir brauchen mehr Orkbauer Mist Orkbauten müssen fertig werden Ja Das kann ich Ja Lord Ja Ja gut Das bringt so nichts Ich höre und gehorche Dann gehen wir noch ein Krieg machen Ausbau abgeschlossen Wir brauchen mehr Orkbauer Das was getan werden Alles klar Das kann ich Was liegt an Ich stehe euch zu Diensten Ja Lord Halt Ich stehe euch zu Diensten Was liegt an Halt Ja Lord Vorzügliche Wahl Schaut euch um Halt Ich stehe euch zu Diensten Wir werden angegriffen Vorzügliche Wahl Was liegt an Ja Lord Ich stehe euch zu Diensten Wir werden angegriffen Ja Was ihr wollen Ich höre und gehorche Ich höre und gehorche Arbeit abgeschlossen Ja Muss was getan werden Ich stehe euch zu Diensten Arbeit abgeschlossen Oh Bereit zur Arbeit Ja Ja Lord Mein Leben für die Horde Was liegt an Ja Lord Ja Bereit zur Arbeit Was liegt an Vorzügliche Wahl Ich stehe euch zu Diensten Halt Bereit zur Arbeit Zur zügliche Wahl Ich stehe euch zu Diensten Ja Bereit zur Arbeit Ich höre und gehorche Ja Ich kann hier nicht Arbeit Arbeit zur Arbeit Was liegt an Ja Ich höre und gehorche Wir werden angegriffen Ah Oh 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 Ich bin hier nicht Wir werden angegriffen Vorzügliche Wahl. Oh. Was liegt an? Bereit zur Arbeit. Ich höre und gehorche. Wir werden angegriffen. Was ihr wollen. Aber gern. Das kann ich. Was ihr wollen. Ich stehe euch zu Dienst. Bereit zur Arbeit. Ja. Muss was getan werden. Ja, Lord. Bastet meine Klinge. Bereit zur Arbeit. Was liegt an? Arbeit abgeschlossen. Ich stehe euch zu Diensten. Ich stehe euch zu Diensten. Forschung abgeschlossen. Vorzügliche Wahl. Forschung abgeschlossen. Alles klar. Ja. Aber gern. Arbeit, Arbeit. Oh. Was liegt an? Ich stehe euch zu Diensten. Arbeit abgeschlossen. Ja, Lord. Ja. Vorzügliche Wahl. Heute. Bereit zur Arbeit. Ich höre und gehorche. Ich höre und gehorche. Na komm. Wir brauchen mehr Holz. Oh, immer noch so ein bisschen. Jetzt reicht's. Was liegt an? Ja. Ja, Lord. Oh. Hä? Was liegt an? Bereit zur Arbeit. Ich höre und gehorche. Ich stehe euch zu Diensten. Arbeit abgeschlossen. Ich stehe euch zu Diensten. Ich stehe euch zu Diensten. Vorzügliche Wahl. Heu. Oh. Muss was getan werden. Was ihr wollen. Ja, Lord. Ja. Oh. Ich höre und gehorche. Unseres Gott wird angegriffen. Was liegt an? Was liegt an? Vorzügliche Wahl. Heu. Ich stehe euch zu Diensten. Das Invertar ist voll. Ja. Ja, Lord. Ich schaue euch abgeschlossen. Ich schaue euch zu Diensten. Ich schaue euch zu Diensten. Heu. 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 Arbeit, Arbeit. Muss was getan werden. Aber gern. Wir brauchen mehr Orgbauer. Ja. Ich kann hier nicht bauen, was wir wollen. Alles klar. Ja, Lord. Ich stehe euch zu Diensten. Ja, Lord. Ich höre und gehorche. Muss was getan werden? Hm? Das kann ich. Oh. Ja. Was liegt an? So. Vorzügliche Wahl. Ich muss noch mal ein bisschen Heilung holen. Bereit zur Arbeit. Ich stehe euch zu Diensten. Ja, Lord. Was liegt an? Ja. Vorzügliche Wahl. Ich höre und gehorche. Bereit zur Arbeit. Ich stehe euch zu Diensten. Abgeschlossen. Und mein Blader nähert sich auf. Langsamer, aber sicher Level 6. Ich stehe euch zu Diensten. Ich kann helfen. Ja, Lord. Was liegt an? Ja. Heu. Auf jeden Fall eine spannende Runde. Ich stehe euch zu Diensten. Arbeit abgeschlossen. Ich höre und gehorche. Ja, Lord. Ja. Vorzügliche Wahl. Ja. Vorzügliche Wahl. Unsere Scott wird angegriffen. Forschung abgeschlossen. Was wir wollen. Overcome. Was liegt an? Ja, Lord. Und? Nein, ich fordere mal. Was wir wollen. Ich stehe euch zu Diensten. 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 Und die erste Runde mit dem Blader auch erfolgreich hinter mich gebracht. Als nächstes folgt der Phasier. Und ich hoffe, ihr zieht euch auch das Game wieder rein. Und sage mal, in diesem Sinne, bis zum nächsten Game. Und das trage ich euch auf dem Vorsitz間. Ich stehe euch jetzt an. Nach Edition. Eine große 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 große,